Ah, herzlich willkommen zu unserer heutigen Show, wir haben wieder einen Gast dabei. Ich weiß nicht allzu viel über ihn, deswegen wäre es angebracht, er würde sich selber vorstellen. Ja, fangen Sie doch einfach an. Wenn alle schlafen gehen, dann stehe ich auf. Cool. Ja, sehe ich genauso, ich nehme was auf. Doch Dre wollte mich nicht, weil ich im Gegensatz zu Eminem so elendig aussah. Ich rede nicht von Bauspar, Verträgen, ich bin saustark, am Haten und auch grausam. Zu jedem Katholiken, ich kacke zum Beat. Im Kriegsgebiet deiner Stadt, in der Raffinerie, Kalaschnik, hoffe ich diese Spasten zum Beat wie Billy the Kid. Ich bin süchtig nach Adrenalin, endgeil. Was komisch, ich bin der Hauptdarsteller von Crank 3. Ich bin seit Tag 1, Staatsfeind Nummer 1. Speichern mein Handy, die Nummer von deiner Mutter ein. Ich hab nie was von dir gehalten, wie ein schlechter Torwart. Warum hat deine Exen vollbart? Ich bin immer Vollart. Jöp, jöp, geh ab wie ein Kindersoldat. Klopf höflich an und finke deine Haare. Schlag mir wahr, um bin ich ständig angeklagt. Was soll das? Abgefahr, ne Scheiß, ich lieb nachts allein im Park. Echt teuflisch. Taliban, besuche mich mit Nazifahnen. Ich freu mich. Ach egal, ich komm mit diesem Wahnsinn nicht mehr klar. No. Ich piss auf deine Texte. Du guckst um gelbe Seiten. Schnell weiter, die Bullen kommen. Bested. Du rappst jetzt im TV. Kick Werbung. Dein Opa boxt sich mit 60 wie Ric Flair. Und was für ne Erklärung. Ich hab keine, wenn ich deine Starkreise. Oma mit nem Schlageisen tot hauen. Ja, oh, ich komm groß raus. Gar keine Frage. Herr Disziplin. Piss dich drauf, gib mir mal lieber Tilidin. Deine Pflegekinder sind hart jeden Tag. Und auch Nägel kippen im Park. Ich hab immer ne Backung, Edelbieter Parade. Frauen saugen, als hätt ich das letzte Gegenmittel im Sack. Aber is nicht, bitte nur so verbiess dich. Du Waldmensch, mich geht Zeckenschutz nix an. Guck deine Weste an, Hexenschuss sicher. Du bist ein Mongolik. Obwohl das an deinem Vater dem Mongolik. Tag mir wahr. Und bin ich ständig angeklagt. Was soll es? Abgefahr. Ne Scheiß, den ich nie nachts allein im Park. Echt teuflisch. Taliban. Besuche mich mit Nazifahnen. Ich freu mich. Ach, egal. Ich komme diesem Wahnsinn nicht mehr klar. Ich hab meine Lehrerin geknallt. Nur deshalb steh ich ein. Stepp danach zum Scheißdirektor auf ne Messerstecherei. Er versteckt sich unterm Schreibtisch. Ich denk mir nix dabei. Stech ihm sechsmal in die Beine und krieg 16 Tage frei. Yes, sir. Habt ihr schon von der Pest gehört? Mann, ich hab sie seit meinem letzten Urlaub in Zimbabwe. Und ich steck euch alle an. Geht in Deckung, wenn ich komm. Ja, genau. Mit Atemmaske wie Jekko lauf ich rum. Ich komm mit Kannibalen wie Hannibal. Der Typ, der deine Mami knallt. Ich habe die Gabbe, die all die anderen wollen. Huso. Rack dich weiter in der Fabrik ab. Und er steht zehn Stunden am Fließband. Während ich das Weedpuff. Sweatsettler. Warte, ich flieze. Ich komme, doch vorher liefer ich noch das CCC4 in deiner Police ab. Deine Bitch hat nen Riesenschlitz. Ja, oh Ming Mensch. Ich geh ab wie ein Schaulie-Mönch hier. Oh, 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 oh. Sag mir wahr. Warum bin ich ständig angeklagt? Was soll das? Abgefahr. Ne Scheiß, ich lieb nachts allein im Park. Echt teuflisch. Taliban. Besuche mich mit Nazifahren. Ich freu mich. Ach, egal. Ich komme diesem Wahnsinn nicht mehr klar. No. Ja, äh, vielen Dank für Ihren Beitrag. Äh, scheiße.